Was soll eine Praxis eigentlich alles regelmäßig posten und wie schafft sie es, die Kontinuität im Content Marketing möglichst effizient aufrecht zu erhalten? Fehlende Ideen und Zeitmangel sind mit die größten Herausforderungen im Bereich Praxismarketing. Ständig neue Inhalte zu erfinden und diese auch zu erstellen, ist oft nicht möglich. Aber wie wäre es, wenn man bereits bestehende Inhalte sinnvoll recycelt und sich so eine unschlagbare Content-Maschine erstellt? Wie das funktioniert, darüber spreche ich mit dir in dieser Folge. Also bleib dran, wenn dich das interessiert. Herzlich Willkommen zu Praxismarketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert. Lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu Praxismarketing Digital. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge, denn das Thema, bei das ich spreche, ist ein Thema, was zu meinem persönlichen Lieblingsthema so ein bisschen geworden ist in den letzten Jahren. Und vor allem, seitdem ich selber diesen Podcast betreibe. Und zwar geht es darum, wie schafft man es oder wie schaffe ich es, wie schaffst du es, mit möglichst wenig Aufwand Inhalte für deine verschiedenen Online-Kanäle, wie Social Media oder auch die Webseite oder YouTube zu erstellen und diese möglichst effizient auch zu recyceln. Denn mit Recycle meine ich, diese wiederzuverwenden, aber in anderer Form als bisher schon. Denn eins der größten Probleme tatsächlich, was ich seit vielen Jahren immer wieder auch feststelle, ist eben, dass zum einen es sehr schwierig ist, immer regelmäßig neue Ideen zu bekommen, um eben Inhalte zu posten. Das heißt, am Anfang, wenn man sich da auch vielleicht das erste Mal hinsetzt und Gedanken macht, was mache ich jetzt für die Webseite, was mache ich für Social Media, dann kommt man da auf die erste Idee. Das läuft auch, aber das ist natürlich irgendwann auch schwer, ich sage mal, das Rad neu zu erfinden. Da gibt es zwar Techniken und Ideen, wie man sowas dann machen kann, also wie du auf neue kreative Ideen kommst. Da habe ich auch in der Folge 80, die ich auch in den Shownotes einmal verlinke, so ein bisschen erzählt, wie ich oder wie man auch da rangehen kann, wenn man einfach wirklich keine Ideen einfach hat und man so ein bisschen kreativ rumspinnen möchte. Also das ist das eine Thema, was man natürlich lösen muss, um gutes Content-Marketing zu machen. Und das andere ist einfach, wie setze ich da die Zeit effizient ein. Denn neue Inhalte zu überlegen, sie zu erstellen, sie zu verarbeiten für die verschiedenen Kanäle ist unheimlich aufwendig und zeitintensiv. Und ja, gerade wenn man das jetzt möglichst in der Praxis alleine macht, also gerade wenn du dich um Social Media vielleicht intern kümmerst oder dich aber auch fragst, wie kriege ich dann mal Inhalte auf die Webseite drauf. Denn das ist, was ich am Anfang meinte, was ich in all den Jahren halt immer wieder merke, also gerade wenn du jetzt für die Suchmaschinen gut gefunden werden möchtest, also für den Suchmaschinen-Optimierungsbereich, dann setze ich persönlich da auch sehr stark auf den Weg des Content-Marketings, also sprich regelmäßig Inhalte, neue Inhalte zu erstellen oder bestehende anzupassen, zu überarbeiten, damit sie eben besser gefunden werden. Das ist ein riesiges Thema und einfach perspektivisch sehr, sehr sinnvoll, weil du dir halt da langfristig eben deine Kontaktpunkte aufbaust und das arbeitet dann für dich rund um die Uhr, wird auffindbar, wird immer besser auffindbar. Ja, und das Ding ist aber, wie schafft man es jetzt da einfach kontinuierlich was drauf zu bekommen? Das ist nämlich ein wichtiger Punkt, um eben auch für Google attraktiv zu bleiben. Also nicht nur zu einmal was gemacht zu haben und dann die Seite nicht wieder anpacken, sondern am besten regelmäßig neue Inhalte, Nachrichten, News, aktuelles, Wissenswertes irgendwie auf die Seite zu integrieren. Das ist eine Herausforderung und da kommen dann viele Praxen an ihre Grenzen und auch wir als Partner haben da oft natürlich dann ein Problem, weil es ist immer die Frage auch der Effizienz, auch der Kosteneffizienz bei solchen Geschichten. Und ja, das ist so ein wichtiger Punkt einfach oder ein großes Problem. Ja, also wie kriegt man dieses Zeit- und Kostenthema auch so ein bisschen besser in den Griff? Und hinzu kommt natürlich auch noch, also neben dem, dass man natürlich versucht, die soll versuchen sollte, seine und die der Partner, die Ressourcen sinnvoll einzusetzen, ist natürlich auch noch wichtig in der heutigen Zeit, wie ich finde, dass man viele Kontaktpunkte, Touchpoints mit seinen potenziellen und bestehenden Patienten, Mitarbeitern hat. Und dies ist dann eben oft auch nicht nur auf einem Kanal sinnvoll. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, was ich immer wieder auch betone oder erwähne, sehe, wie viel Mühe und Aufwand viele Praxen mittlerweile in diesen Social-Media-Bereich reinstecken. Instagram vor allem ist irgendwie das Medium der Stunde aus meiner Sicht. Da poppen jeden Tag neue Praxen auf, die da ihr Unwesen, sage ich auch mal, treiben. Und das meine ich gar nicht negativ, ich meine das sogar sehr positiv, denn man sieht ja, da wird sich wirklich viel Mühe gemacht. Und man hat dann da sehr wahrscheinlich die ersten Workshops gemacht und Coach oder Agentur macht das. Also man sieht, da tut sich richtig was. Ich stelle mir halt immer nur die Frage, okay, jetzt steckt man so viel Aufwand in einen Kanal rein, aber die Zielgruppe, die ist ja auch an vielen anderen Stellen. Und dass jemand jetzt bei Instagram zufällig mal über diesen Post stolpert, die Wahrscheinlichkeit ist eben auch nicht so groß, außer man targetiert das noch mit Werbung, was ich auch empfehle, immer ganz zielgerichtet. Aber naja, das heißt, ich sehe halt auch oft, dass Inhalt in einen Kanal reinfließt, da viel Arbeit gemacht wird. Und diese Inhalt dann im Grunde ja relativ schnell im Social-Media-Bereich wieder verpufft. Wenn ich mir so eine Instagram-Story anschaue, nach 24 Stunden ist die weg, vielleicht noch in den sogenannten Highlights, die du vielleicht kennst. Ja, das sind diese Kreise, die man dann unter deinem Profiltext sieht. Die kann man da jedenfalls einrichten und dann kannst du da alte Storys speichern. Aber ganz ehrlich, wenn man da jetzt mal 20, 30, 40 Storys gespeichert hat, das guckt sich jetzt auch mit Sicherheit nicht jeder da an. Also das heißt, da liegen zum Teil Schätze, Content-Schätze, wie ich das mal nenne, liegen da einfach im Verborgenen rum. Die sind sehr gut zum Teil. Und naja, da wird sich aber trotzdem im besten Fall ja Woche für Woche, Tag für Tag Gedanken gemacht, wie kann ich jetzt wieder neuen Inhalt erstellen. Und vor allem, was ich halt auch sehe, jetzt ist dieser, also da geht Zeit drauf, obwohl guter Inhalt da ist, den man eigentlich verwenden könnte, verwenden könnte, um ihn wieder auf dem gleichen Kanal vielleicht in anderer Form zu benutzen. Aber eben auch, wie kann man diesen Content jetzt nehmen und auf andere Kanäle, Facebook, YouTube, die eigene Webseite integrieren. Weil wenn ich guten Content habe, warum mache ich ihn nur für einen Kanal? Und die Zielgruppe bewegt sich aber überall durch das Netz. Das heißt, Ziel ist es oder sollte es aus meiner Sicht sein, eben seine Zielgruppe auch kanalübergreifend zu erreichen. Und natürlich einen bestmöglichen Zugang zu dem wertvollen Inhalt, den du als Praxis da im besten Fall natürlich erstellst, zu verschaffen. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung, das Problem bei der ganzen Geschichte. Und ja, ich habe da vor einigen Jahren, vor vier, fünf, sechs Jahren, meine ich war das irgendwie mal, bin ich sehr inspiriert worden, in einem anderen Online-Marketer auch, der habe ich auf einem Workshop ein bisschen darüber kennengelernt. Das hat mich sehr inspiriert und ich mache das mittlerweile auch selber bei mir, bei Praxismarketen digital mit diesem Podcast und alles, was da dran so hängt. Und das erzähle ich dir auch zum Schluss dieser Folge nochmal ein bisschen genauer, wie ich da ganz konkret vorgehe, wie meine Prozesse und Strukturen da sind. Denn ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel auch noch, was man da machen kann. Und das Thema ist eben also, wie verwende ich Inhalte wieder? So, und damit ist nicht gemeint, dass ich jetzt einfach einen Post, den ich mal vor drei Monaten bei Instagram gemacht habe, einfach nochmal eins zu eins bei Instagram wieder an der gleichen Stelle teile. Nein, es geht darum, die Inhalte mehr als einmal zu nutzen und vielleicht in ein neues Format, in einen neuen Kontext zu bringen. Und das ist in der Regel viel weniger aufwendig, als wenn ich mich jetzt hinsetze und wieder einen ganz komplett neuen Content erstelle. Ja, also das ist so das ganze Prinzip. Und das möchte ich dir so ein bisschen erklären, wie das jetzt genau funktioniert oder was man da halt so machen kann. Aus meiner Sicht funktioniert das für alle Sachen. Also grundsätzlich, die Frage ist immer, wo ist der Ausgangspunkt bei dir? Ja, als Beispiel, wenn du jetzt bei Instagram, sag mal, das ist dein Kanal, für den du primär Inhalte konstruierst, erstellst. Und diese sind dann sehr oft, sehr wahrscheinlich in Bild oder Video, sehr wahrscheinlich. Ja, also das heißt, du hast irgendwie es geschafft, Texte oder Bilder mit Beschreibungen und Texten zu erstellen und vielleicht hast du auch Videos gemacht auch und jetzt hast du das bei Instagram rausgehauen. Jetzt nehmen wir mal das als Beispiel und ja, man kann natürlich auch von anderen Stellen ausgehen. Also zum Beispiel, ich habe ein Video für YouTube gemacht oder ich habe einen Text auf der Homepage gemacht. Und ja, wie kann ich das jetzt sinnvoll recyceln? Und ja, da möchte ich es ein bisschen durchführen, mal ein bisschen inspirieren auch und beziehungsweise dich einfach anregen, dass du das im Hinterkopf behältst und dir da eben die entsprechenden Strukturen und Prozesse halt schaffst. Also ich mache das so, beziehungsweise das ist die Empfehlung einfach auch, dass man sich grundsätzlich erstmal natürlich einen Überblick verschafft verschafft mit Hilfe einer ganz simplen Tabelle, wo man im Grunde wirklich alles das, was man so postet, gepostet oder auch plant, also redaktionsplanmäßig sich mal nimmt und dann eben sozusagen ein Inventar davon erstellt. Ja, also stell dir eine Tabelle vor mit mehreren Spalten, da ist jetzt keine Ahnung das Thema. Dann gibt es dazu einen Titel, vielleicht gibt es noch eine Beschreibung und dann hast du verschiedene Spalten in dieser Tabelle und diese Spalten in dieser Tabelle zeigen dir einfach an, ist dieses Content-Stück schon auf dem Primärkanal, jetzt nehmen wir nochmal eben Instagram zum Beispiel, ist das veröffentlicht worden, wenn ja, wann, am besten noch einen Link da rein posten, am besten verschlagwortet man diese Sachen noch einmal und dann mache ich mir halt weitere Spalten für alle anderen Kanäle, die für mich relevant sind. Ja, also zum Beispiel wurde das auch schon auf Facebook verwertet, wurde es schon auf der Homepage verwertet, wurde es schon bei Google My Business verlinkt, ja, etc. pp. Also das ist einfach mal, dass man sich mal so einen Überblick verschafft und dann sieht man im besten Fall jetzt, okay, ich habe, keine Ahnung, 100 Postings bei Instagram mal gemacht und das und das sind die Themen, die Kategorien, so würde ich das jedenfalls tun, dass man das auch, keine Ahnung, ja, wenn ich ein Zahnarzt bin, wenn ich das in verschiedene Bereiche differenziere, also, keine Ahnung, das sind Sachen, die jetzt über die Praxis waren, also Content, keine Ahnung, vom Team, von der Praxis, von aktuellem, dann haben wir vielleicht so Wissenscontent, wo ich versuche, was an, ja, meine Instagram-Follower zu vermitteln, an Hintergrundinformationen, wie Behandlungen funktionieren und so weiter und so fort, dann habe ich vielleicht noch so Fun-Geschichten, also all das sollte man so ein bisschen da nehmen und der Trick ist jetzt im Grunde, dass ich mir einfach Gedanken mache, okay, wie kann ich ausgehend von dieser Stelle, wo ich ja schon mal viel Zeit sehr wahrscheinlich reingesteckt habe, viel Hirnschmalz und Energie und Herzblut, alles drinsteckt, wie kann ich das jetzt nehmen und auf ein anderes Medium übertragen? Jetzt nehmen wir mal so ein Video, wo jetzt, keine Ahnung, ein Arzt, eine Ärztin einen Sachverhalt erklärt, bei Instagram ganz kurz, keine Ahnung, wie oft sollte man sich die Zähne reinigen lassen im Jahr, und jetzt seht da die Pro und Kontras und wie das alles so abläuft, irgendwie dann, ja, hat man da ja schon einen Inhalt halt, erstellt ein Video und jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten jetzt, jetzt kann ich natürlich hingehen und kann aus diesem Video, ich kann das Video transkribieren lassen, das kann ich vor allem auch dann, wenn ich ein YouTube-Video habe zum Beispiel, ja, ich kann das transkribieren lassen, also sprich, ich lasse das eins zu eins, den Text, der da gesprochen wird, ja, verschriftlichen, da gibt es Services für wirklich wenig Geld, wo man das machen kann, oder man setzt da jemanden dran, der das vielleicht auch lernen soll, also das ist auch eine Idee, die eine Praxis mal hatte, da war die Aussage, okay, wir haben jetzt hier YouTube-Videos auch und wie, da hat jetzt, sag ich mal, der Arzt schon wichtige Inhalte reingegeben in diesen YouTube-Kanal, in die Videos auch, ja, und es gibt ja eigentlich nichts Besseres, wenn jetzt die Mitarbeiter aus der Praxis sich dieses Video auch anschauen, also einmal natürlich, damit das mehr Aufrufe bekommt, etc., aber natürlich auch, damit die Praxis genau weiß, was eigentlich der Chef, sag ich mal, nach draußen kommuniziert, und wenn man da jetzt eine Person hat, sei es jetzt vielleicht auch ein Azubi oder wen auch immer, wo man sagt, hier, da kannst du was lernen, ja, an diesem Thema auch, für dich selber und natürlich auch dann später für die Patienten, dass du einen Überblick irgendwie für das Thema halt hast, geht auch mal hin und fasst das Video mal zusammen, schreib es vielleicht selber mal, transkribier es selber mal oder hol die wichtigsten Punkte raus, und diesen Text zum Beispiel könnte man dann nehmen und ihn natürlich in einem adäquaten Format auf die Homepage implementieren, ja, ich kann auf der Homepage einen Bereich machen, wo ich sage, so, hier findet ihr wissenswerte Hintergrundinformationen über die Zahnmedizin auch und dort bette ich vielleicht auch mein YouTube-Video oder vielleicht sogar das Video von Instagram oder Facebook halt auch da ein und drumherum schreibe ich aber noch einen neuen Text, ja, der das Ganze zusammenfasst und vielleicht auch in anderen Worten darstellt. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt 100 Instagram-Postings habe, vielleicht sind da 20, 30, die sich dafür eignen und die ich nehmen kann und das mal tun kann, dann habe ich sofort für einen anderen Kanal Content. Und das Gleiche kann ich natürlich tun für Facebook auch, ja, und was man natürlich auch tun kann, wenn man jetzt so ein Video gemacht hat bei Instagram und ich rede jetzt wirklich davon, da spricht jemand in die Kamera oder bei YouTube, dann kann man halt auch hingehen und aus diesem Video jetzt natürlich so die Kernfakten, die ja vielleicht schon transkribiert wurden, nochmal verkürzt darstellen und daraus vielleicht so Instagram-Postings wieder machen mit so Kacheln, ja. Das kennst du vielleicht, wo ist mittlerweile ein ganz guter Trend geworden, dass ich halt ein Posting habe, der nicht mehr nur aus einem Bild oder Text besteht bei Instagram, sondern aus mehreren Kacheln und dann führt jede Kachel zum Beispiel, keine Ahnung, die fünf wichtigsten Punkte der Zahnreinigung und dann hat jede Kachel, gibt ein Argument sozusagen, man kann das dann wischen und blättern. Und so habe ich so aus dem gleichen Content, den ich vielleicht einmal schon gemacht habe, auch nochmal jetzt ein wiederverwertbares Element für ein anderes Format gemacht, also ein Bildformat, also ein Text, also aus dem Video habe ich ein Bildformat gemacht, wo jetzt Text sozusagen drauf liegt. So, jetzt kann ich natürlich noch weiter gehen und kann sagen, man kann daraus auch sogenannte Infografiken bauen. Ja, Infografiken sind im Grunde sehr schöne Grafiken, die einen Sachverhalt halt gut darstellen. Ja, da kann man halt hingehen, da gibt es Plattformen, da kann man seine Ideen hochgeben und dann werden daraus eben schöne Grafiken halt erstellt. Diese Grafiken wiederum kann ich wieder natürlich posten auf dem Kanal, wo ich das schon verwendet habe. Ich kann aber auch diese Grafik, diese Infografik nehmen und kann sie einbetten in zum Beispiel die Stelle auf der Webseite, wo ich das Video und den transkribierten Text schon eingebaut habe. Das heißt, auch da wird der Content immer wertiger, weil ich verschiedene Sachen, also ich habe da das Visuelle mit dem Video, mit der Infografik, ich habe den Text dort, ich habe natürlich auch dann für Google verschiedene Angriffsstellen dort. Also so habe ich aus einem Video, was jetzt vielleicht in Summe bei Instagram, keine Ahnung, vielleicht so ein Video von 2, 3, 4 Minuten oder so ein Reel, was auch immer da, so ein IGTV-Video, was ich da vielleicht mal gemacht habe, da kann ich aus diesem Content-Piece eben ganz viel weitere Dinge machen. Und das kann ich natürlich von jeder Richtung in jede Richtung denken. Wenn du zum Beispiel auf der Homepage einen umfangreichen Text geschrieben hast, einen Ratgeber geschrieben hast zu irgendwas, Hintergrundinformationen, zu Implantaten, dann kann ich natürlich jetzt hingehen und kann daraus auch meine Infografiken, Kacheln oder vielleicht Checklisten machen, die ich dann wiederum auf meinen anderen Kanälen halt poste. Und ja, oder wenn ich einen Text auf der Homepage schon habe, dann kann ich natürlich auch hingehen und daraus mal ganz schnell und viel einfacher auch ein Video halt drehen. Ja, also gibt es eben diesen Ratgeber und dann wird eben das, was da in diesem Text schon steht, nochmal in Videoform, natürlich in etwas anderer Sprache, aber im Grunde die Struktur ist schon da, die Inhalte sind da, die Argumente sind da, die wichtigen Punkte sind da. Das heißt, man muss sich da nicht neu Gedanken machen auch. Und das ist eigentlich so der Kern der ganzen Geschichte. Das kann ich jetzt, wie gesagt, von allen Formaten, Text, Video, Audio, in jede Richtung im Grunde spielen. Und das Besondere, und das ist jetzt mein Tipp an dich, ja, wenn du halt feststellst, ein Kanal und ein Format, also nehmen wir mal an, dir fällt es einfach, bei YouTube Videos zu erstellen. Ja, dem einen fällt das sehr schwer und, ja, da geht sehr viel Zeit drauf, aber du bist vielleicht jetzt jemand, der sagt, also stell mir eine Kamera hin und ich kann sogar frei Fragen beantworten und bin da auch für mich da sicher und nehme mir mal jetzt an einem Tag in der Woche eine Stunde Zeit oder zwei Stunden Zeit, wo ich einfach 10, 20 solcher Fragen beantworte für YouTube oder für Instagram in Videoform auch. Ja, du nimmst dir die als Arzt, ja, blockst du dir mal diesen Punkt und du sagst, das ist gut, dieser Kanal, der liegt mir. Und dann musst du natürlich Strukturen und Wege halt erstellen, die dann bestmöglich ohne dich laufen, so dass dann dieser Content, den du da in deiner wertvollen Zeit einmal hochwertig erstellt hast, eben vielseitig, vielfältig an verschiedenen anderen Stellen eben benutzt werden kann. Und das ist im Grunde so der Schlüssel. Und wenn du das geschafft hast, also wenn du das verstanden hast und sagst, okay, da ist es für mich einfach oder da ist es für Mitarbeiter A, B, C, D, E einfach was zu machen. Der eine schreibt vielleicht sehr einfach, der kann sehr gut schreiben, der kann sehr gut lange Texte schreiben für dich oder deine Agentur, die du hast, oder deine Partner, die sind sehr gut im Texten. Die machen vielleicht sogar für dich tolle Texte für die Homepage oder mit dir gemeinsam im besten Fall ja auch. Und daraus kannst du oder wer auch immer dann wiederum Ideen ableiten, die halt in eine andere Form bringen. Und das ist eben ganz wichtig. Man muss verstehen, das ist auch nochmal hier der Appell, jede Plattform, jeder Kanal hat eine andere Daseinsberechtigung, hat andere Situationen, andere Nutzer. Und wenn du es schaffst, halt aus dem Kern deines Contents, aus deiner Kernbotschaft eben Plattformen und Zielgruppen gerecht eben die Inhalte zu recyceln, zu vervielfältigen, hast du mit sehr, sehr wenig Zeit, mit Einsatz deiner eigenen Zeit vor allem, es geschafft, einen Ausgangspunkt zu setzen, der dann in alle Richtungen sich verteilt. Und somit schaffst du das, oder wenn man das halt richtig macht und kontinuierlich macht, dann umgeht man a das Problem, dass man immer neue Inhalte kreieren muss, sondern du sagst, okay, ich habe schon was ein, zwei Jahre gemacht und ich nehme das alles mal rückwirkend. Oder aber auch, wenn du jetzt neu anfängst, dann kannst du dir von vornherein aus meiner Sicht diese Strukturen und Gedanken halt da machen. Und dann wirst du eine Content-Maschine, wie ich das nenne, erzeugen können. Und das heißt, du hast gefühlt dann auf jeder Plattform immer irgendwie Inhalte und das mit einem möglichst geringen Aufwand, vor allem mit einem viel geringeren Aufwand, als wenn du für jede Plattform immer neu, immer einzeln Inhalte halt erstellst. Das ist im Grunde der Trick an der ganzen Geschichte. Und so kannst du dir viel Zeit sparen und vor allem bist du nicht darauf angewiesen, dass da immer was Neues kommen muss. Denn da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Man kann das Rad irgendwann auch nicht mehr neu erfinden. Irgendwann sind die Ideen auch mal aus und man dreht sich im Kreise. Und dann, wenn man sich schon im Kreise dreht, bin ich der Meinung, dann soll man es möglichst effizient machen. Und jetzt möchte ich dir nochmal an meinem eigenen Beispiel, mit dem Podcast so ein bisschen nochmal so erklären, wie ich das hier so mache zum Abschluss. Ja, aber das mache ich tagtäglich ja so. Und vorab aber noch der Hinweis, also der Trugschluss wäre jetzt zu denken, das geht voll schnell und ist voll easy und habe ich verstanden und mache das jetzt. Nein, du hast natürlich auch am Anfang jetzt Initialaufwand und du musst ja vor allem auch entsprechende Strukturen und Prozesse halt dafür machen und alle Beteiligten auch da einwandern. Also es ist jetzt nicht so, dass du dadurch nie wieder Arbeit hast, aber ich behaupte, du hast weniger Arbeit, bist effizienter und vor allem auch viel besser in Kontakt mit deiner Zielgruppe und das eben kanalübergreifend und so hast du einen viel besseren Zugang. Und konkret, ich gehe ja vom Audioformat aus, also ich sitze jetzt hier zum Beispiel ganz konkret seit eben einer knapp halben Stunde vor diesem Podcast. Ich habe heute Morgen so diese Inspiration gehabt, also so läuft das bei mir aktuell. Ich habe tatsächlich kein Content auf Halde aktuell. Das hatte ich die Zeit lang mal, also bei mir ist wirklich Woche, Montag für Montag ist mein Produktionstag und da habe ich jetzt so einen Zeitslot mir blockiert, der dann von 9 bis 11 Uhr so in der Regel funktioniert. Heute war ich ein bisschen später im Büro. Wir haben jetzt gerade 10.38 Uhr. Ich habe um ungefähr 10 Uhr angefangen, mich heute hinsetzen, mir Gedanken zu machen. Ich habe mir eine kurze Übersicht, eine kurze Notiz gemacht, was ich heute hier erzählen möchte. Und das habe ich jetzt auch als Rahmen sozusagen, als Gerüst da, weil da steht genau drin die Struktur, wann ich was jetzt, also welche Argumente, welche Punkte ich halt habe. Und jetzt nehme ich hier meinen Podcast relativ frei halt auf. Und wenn ich jetzt diesen Podcast gleich dann speichere, dann wird der mehr oder weniger automatisiert auch produziert. Das heißt, die Dateien werden abgespeichert und manchmal mache ich es selber, manchmal lasse ich das aber auch machen oder beziehungsweise es wird jetzt immer mehr, der Prozess steht jetzt, dass das immer mehr ohne mein eigenes Zutun halt läuft. Am Anfang hatte ich externe Partner dafür, mittlerweile habe ich interne Prozesse. Und ja, da wird dieser Podcast halt jetzt abgespeichert. Und dann wird der morgen früh, das wird alles vorprogrammiert, dass der dann morgen früh gegen 5 Uhr online geht auch. So, jetzt habe ich aber diesen Audio-Podcast halt erstellt. Und jetzt geht es halt weiter. Aus diesem Audio-Podcast lasse ich ein Transkript erstellen, ein automatisches Transkript. Ja, das kann ich so einstellen bei meiner Podcast-Plattform. Also ich habe meinen kompletten Audio-Text nochmal als Transkript eben dort. Den kann ich jetzt, wenn ich möchte, natürlich an verschiedenen Stellen verwerten. Zum Beispiel könnte ich ihn auf der Homepage integrieren, da wo ich auch den Podcast, wenn er dann öffentlich ist, auch immer einbette. Aber ich mache das ein bisschen anders aktuell. Ich mache eine Kurzzusammenfassung davon oder beziehungsweise ich lasse es machen. Das heißt, aus diesem Content, den ich jetzt hier produziere, wird nochmal eine kurze oder recht kurze Zusammenfassung gemacht. Also ich erzeuge Inhalt, der auf meiner Homepage halt jetzt dann auch als, wenn man so möchte, Blogartikel halt erscheint zu diesem Thema jetzt Content-Marketing, Content-Maschine. Gleichzeitig wird dieser Content in ein Audiogramm, so nenne ich das, oder so wird das genannt, umgewandelt. Das heißt, das ist das, was du vielleicht, wenn du mir bei Instagram und Facebook und Co. folgst, jetzt dann siehst, dann siehst du so ein kurzes Intro, wo ich dann das nochmal das Ganze ankündige, anteasere hier diesen Inhalt. Und da habe ich also dann mein Audio- und mein visuelles Element, was dann da eben noch mit reinspielt. Und ja, das wird eben gestreut. Gleichzeitig wird dadurch aus dem Podcast noch eine YouTube-Version erstellt. Das heißt, du kannst dir, wenn du möchtest, auch bei YouTube, zwar ohne Bilder, aber mit so ein bisschen Animation den Podcast auch nochmal anhören, möchtet ihr übrigens auch nochmal ans Herz legen, geh bitte zu YouTube Praxis Marketing Digital und abonniere dort meinen YouTube-Kanal. Da sind nämlich auch nochmal ganz andere Inhalte drin, als die vom Podcast mittlerweile. Und da wird es auch noch weitere geben in Zukunft. Also da solltest du auf jeden Fall nicht verpassen, weil da wird auch ein ganz anderer Content nochmal entstehen. Und der ist auch schon da. Das sind einige Fragestellungen, die ich da beantworten habe. Aber das heißt, ich habe aus meinem Podcast wird automatisch oder mithilfe meines Teams ein Video sozusagen produziert. Gleichzeitig wird aus dem Podcast, da werden Zitate rausgenommen, also Sprüche, Sachen, die ich sage, die werden entweder von mir oder von meinen Partnern, Mitarbeitern, Freelancern, werden die sozusagen identifiziert. Daraus bauen wir für Social Media verschiedene Kacheln und Sprüchekarten, wie wir das nennen, und haben da sozusagen auch wieder einen Post dafür. Gleichzeitig wird dann der komprimierte Inhalt, der auch auf der Webseite halt entsteht, in nochmal komprimierterer Form genommen, in diese Kacheln halt gemacht bei Instagram, wo du dich dann durchblittern kannst. Dann siehst du so die Key Facts der Folge nochmal in Text, Bildform auf Instagram kannst du dann so dir da langwischen. Ja, und dann gibt es noch viele andere Stellen, an denen ich dann solche Sachen auch wieder verwende. Ja, also sei es jetzt für Webinare, für Präsentationen. Also das heißt, das ist das, was ich damit meine. Und wenn ich dann noch schaffe, das eben in die Plattform halt zu streuen, und jetzt musst du noch wissen, das ist so das nächste Level, sag ich mal, ja, wenn man es dann noch schafft, diese Prozesse zu automatisieren, weitgehend, soweit es halt geht, ja, dann hat man wirklich das, was ich meine, eine automatisierte, immerwährende, rollende Content-Maschine. Jetzt musst du dir das bei mir so vorstellen, der Punkt von, wie ich eine Idee bekomme, bis hin, wie ich das alles zerstreue, ist zu einem ganz, ganz großen Grade mittlerweile automatisiert. Das heißt, in dem Moment, wo zu bestimmten Themen, die ich interessant finde, irgendwas publiziert wird im Internet, ja, habe ich auch schon mal erzählt, das kann man durch Google Alerts machen, kann man durch andere Sachen machen. Ich habe da andere Tools, mit denen ich mir automatisiert in meinen Slack-Kanal, das ist so ein WhatsApp für Business, wenn man so möchte auch, wie ich da immer, wenn irgendwas kommt zu einem bestimmten Themenumfeld, kriege ich automatisiert sofort eine Nachricht in meinem Kanal. Also ich verpasse nicht, wenn irgendjemand zu einem wichtigen Thema, für mich wichtigen Thema, etwas publiziert. Daraus entstehen auch oft dann mal Ideen oder ich gucke mir das halt genau an und bin sozusagen auch up to date und dann geht es eben jetzt, ja, jetzt haben wir 10.43 Uhr mittlerweile, also ich bin jetzt 43 Minuten aktuell dran an der Geschichte, werde gleich auch fertig sein und dann werde ich das noch vorbereiten. Dann habe ich eine Stunde heute Aufwand gehabt und alles andere, was du dann siehst, ja, also sprich, wie diese Bilder erstellt werden, wie das Audiogramm erstellt wird, wie die Sachen dann distributiert werden in den verschiedenen Kanälen mit Hilfe von Tools, das wird alles zum größten Teil automatisiert, weil dann meine entsprechenden Partner, die mir dabei helfen, werden in dem Moment, wo ich eine Datei ablege, werden sie in einem Ordnersystem, was man sich dafür natürlich gut bauen muss, ich habe da eine Struktur mir gebaut, dann werden die Leute da informiert, teils noch händisch, ja, aber ich habe auch schon Prozesse, wo in dem Moment, wo ich eine Datei mit einem bestimmten Dateinamen an einer bestimmten Stelle ablege, dass automatisch auch eine Aufgabe, ein Task sozusagen an die nächste Person geschickt wird und sie dann weitermachen kann und mir wiederum dann, ja, den Ball zurückspiele, wenn ich wieder dran bin, um Revisionen zu machen, etc. Ja, und dann geht das Ganze eben in die Distribution, also in die verschiedenen Kanäle, da arbeite ich mit Tools, das wird einmal einprogrammiert und dann gehen diese ganzen Content-Stücke, verteilen sich, ja, und dann ein paar Stunden später, Dienstag, Mervor Donnerstag, ist dann der Text fertig für die Homepage, dann wird der Text möglichst zeitnah auch in der Homepage integriert und dann wird aus diesem Text wiederum, ja, das, was du dann die nächsten Tage bei Instagram siehst, auch gemacht zum Beispiel und ja, und so habe ich mit meiner Zeit und ich habe da am Anfang mal drei, vier Stunden für gebraucht, für diese Vorbereitung, ja, jetzt ist es eine Stunde und das ist das, was ich dir mit auf den Weg geben möchte. Also ich mache im Grunde in einer Stunde mit meiner eigenen Arbeit pro Woche aktuell meinen Content und das ist erst der Anfang, ich kann das noch viel weiter führen und ja, und vor allem immer weiter optimieren, diese Prozesse und das ist das, wenn du das geschafft hast oder wenn man, also das heißt geschafft hast, das ist ein Prozess, aber ich wollte dich hier und heute einmal so ein bisschen inspirieren, aufwecken, damit du, ja, dir vielleicht auch ein bisschen weniger den Kopf zerbrechen musst und einfach verstehst, es gibt eben Möglichkeiten, du musst dann natürlich einmal über eine gewisse Schwelle kommen, ich habe jetzt auch Monate gebraucht, natürlich die richtigen Wege und Prozesse und Leute zu finden, die mich da auch dann unterstützen, aber im Grunde ist das jetzt ein, ja, ein mehr oder weniger automatisiert laufender Prozess und ich werde oft gefragt, wie schaffst du das alles irgendwie, wie kriegst du es hin, jede Woche einen Podcast zu machen, wie kriegst du es hin, das überall auch zu verteilen, du bist irgendwie überall, irgendwie sieht man da eine Postings und keine Ahnung was, ja und ehrlich gesagt, da steckt im Moment nur noch eine knappe Stunde, vielleicht anderthalb bis zwei Stunden für mich in der Woche dahinter, es war mal viel mehr, ja, aber das ist jetzt etabliert und ich habe so meine kleine Mini-Content-Maschine und ich kann die jetzt auch sehr gut weiter ausweiten und vor allem das Tempo bestimmen, mit dem ich da was mache und im Grunde, die Ideen und Möglichkeiten sind eigentlich unerschöpflich, ich will auch nochmal dir ganz kurz zum Abschluss nochmal sagen, auch damit du da, wo du anfangen kannst vielleicht jetzt auch, ja, also schau dir vielleicht auch mal rückwirkend an, wo war Inhalt, der bei dir gut funktioniert hat, also schau dir die Analyse-Daten, die Analytics-Daten auf den verschiedenen Plattformen an, welcher Beitrag hat, hohe Interaktion, hohe Reichweite, viele Kommentare gehabt und da fängst du einfach mal an, nimmst dir mal drei, vier dieser Dinger und machst mal einen ähnlichen Prozess, überleg dir da mal, ob du jetzt, für welche Plattformen du das dann vielleicht aufbereitest, in welcher Form und vor allem schau dir, ich habe dir ja gerade auch erzählt, diese Alerts an, Google Alert, also du kannst dir auch immer zu gewissen Themen Infos zukommen lassen, Google Alerts heißt das, kannst du dir einrichten, aber schau dir auch mal natürlich Wettbewerber an, was die so machen, was da für Content gut läuft und dann, wenn du einen neuen Content erstellst, dann sagst du, okay, das mache ich jetzt einfach im Besser oder in Anders, was da die anderen machen, weil das läuft gut und das adaptiere ich mal in gewissem Maße, was auch mal natürlich auch vollkommen okay ist, ja, aber dann hast du halt, fängst du mit Dingen an, die gut laufen und fängst die dann eben an, ja, in dieser Form mal zu verbreiten und so wirst du auch zumindest Schritt für Schritt in der Lage sein, dir da, ja, mit weniger Zeit und weniger Kopfschmerzen, sag ich mal, eben dieses kontinuierliche Aufdruck, aber das ist, da bleibe ich bei, einer der wichtigsten Punkte in diesem ganzen Thema, in dem wir ja gerade sind, in dem Zeitalter, in dem wir ja gerade sind, du kannst dir jetzt Dinge aufbauen, die für dich noch in Jahren arbeiten werden und das ist einfach schade, wenn du da das verpuffst, weil du es nur auf einem Kanal einmal postest und du hast, gerade am Anfang, wenn man anfängt, sowas zu machen, haut man auch, sag ich mal, seine besten Themen raus, aber die hast du jetzt vor einem Jahr vielleicht mal gepostet und ja, das war dein Kern, das waren deine Spezialitäten, die du da vielleicht gut publiziert hast und jetzt kommt da nichts Neues mehr oder du bist sogar eingeschlafen, weil du eben, also deine Kanäle sind eingeschlafen, weil du eben dieses Tempo nicht und die Kontinuität nicht aufrecht gehalten hast und das solltest du vermeiden und ich hoffe, dass ich dir hiermit ein bisschen helfen konnte, schreib mir gerne eine Nachricht, hinterlass mir gerne natürlich eine Bewertung auf iTunes und ja, überall dort, wo es Podcasts gibt, Spotify kann ich dir sehr empfehlen, auch aktuell, ja, überall dort kannst du natürlich meinen Podcast abonnieren und ich freue mich natürlich auch, wenn du ihn weiterempfiehlst an andere, ja, weil ich möchte einfach dazu beitragen, dass dieses Wissen und diese Ideen und Inspiration hier möglichst weit sich verteilen, damit es möglichst viele Praxen gibt, die eben ein gutes Praxismarketing machen. Ich danke dir fürs Zuhören, wünsche einen schönen Tag, bis demnächst.